Willst du attraktiv werden, willst du attraktiv auf Frauen wirken? Okay, ich sag dir ganz genau, wie das geht. Realisiere folgendes, es geht nicht um dich. In diesem Video gebe ich dir den Schlüssel, um attraktiv zu werden. Ich verspreche es, denn genau so habe ich es geschafft. Vielleicht willst du, dass diese Frau dir endlich mal zurückschreibt. Du möchtest gerne ihre Aufmerksamkeit haben? Warum? Warum solltest du das kriegen? Ernsthaft, warum solltest du ihre Aufmerksamkeit kriegen? Und ich meine nicht, dass du es nicht verdient hast. Nein, 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 nein. Wenn du ein Mann mit Herz, mit Tiefe bist, der für andere da sein will, dann hast du es verdient. Das ist nicht die Frage. Ich will dich fragen, wem dienst du damit, attraktiver zu werden? Deinem eigenen Egoismus? Ich, 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 ich? Nein, es geht um sie, diese eine besondere Frau. Die Frau, die zukünftig vielleicht deine Ehefrau wird, mit der du gemeinsam alt wirst, mit der du Kinder haben wirst, mit der du eine Zukunft aufbaust. Es ging schon immer um sie. Attraktiv zu sein ist eine Entscheidung und es ist das erste, was sie bemerken wird. Dein Selbstbewusstsein, deine Entschlossenheit, deine Unabhängigkeit, dein Herz, deine Wärme. Willst du wirklich attraktiv sein, dann hör auf, dabei an dich zu denken. Was könnte mir passieren? Wie wird sie wohl reagieren? Wie werden die anderen über mich nachdenken? Was ist, wenn es peinlich wird? Und, und, und. Da geht es nicht um sie, da geht es die ganze Zeit nur um dich. Ich war gestern erst mit einem Mann in der Charisma-Analyse im Gespräch und ich habe ihn gefragt, was für ein Mann willst du für Frauen sein? Und er hatte keine Ahnung. Er hat gesagt, Andi, um ehrlich zu sein, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und du wunderst dich, warum nichts klappt? Was für ein Mann willst du für sie sein? Was für ein Mann willst du für deine Kinder sein? Welches Vorbild sollen deine Kinder später haben, wenn sie selber irgendwann mal eine Beziehung wollen und von niemandem gelernt haben, wie man eine gesunde Beziehung anzieht und aufbaut? Von wem sollen sie das lernen? Es ging noch nie um dich. Es ist deine Pflicht, für sie da zu sein. Alles andere wird unwichtig, wenn du erkennst, dass attraktiv zu werden deine Mission ist, um für andere später da zu sein. Und ich verstehe, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, an deiner Position zu sein. Ich war am Boden, am Boden zerstört. Jedes Mal, wo die Frau, in die ich verliebt war, mir gesagt hat, dass wir nur Freunde sein werden. Aufgeben war keine Option. Ich habe mir damals zwei Fragen gestellt und die solltest du dir heute auch stellen. Erstens, was für ein Mann will ich sein? Ist das jemand, der darauf wartet, dass das Schicksal für ihn irgendwann in den Schoß fällt? Will ich ein Mann sein, der Anziehung aufbauen kann? Der weiß, wie flirten funktioniert, wie Interesse erzeugt und aufrechterhalten wird? Ein Mann, der mit Frauen in die Tiefe gehen kann, der magische Bereiche ihres Unterbewusstseins und von deiner und ihrer Fantasie gemeinsam erkunden kann, um eine schönere Welt zwischen euch beiden aufzubauen. Willst du der Mann sein, der sie zum Lachen und zum Strahlen bringen kann, damit ihr so flirtet, dass sie dich verliebt anschaut und sagt, Gott, ich liebe dich. Willst du dieses Geschenk für Frauen sein? Dann sei es. Schenk dich. Und die zweite Frage, für wen willst du dieser Mann sein? Ich muss niemandem irgendwas beweisen. Ich muss nicht mit tausend Frauen geschlafen haben, um irgendwann der Mann zu sein, der ich sein will. Ich will für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich will dieser Mann für meine zukünftige Frau, meine Kinder und für alle meine Freunde und für dich sein. Du sollst wissen, wie man flirtet, wie man leichtherzig bleibt, wie man unabhängig ist und so mit Frauen flirten kann, ohne Angst zu haben, sie zu verlieren. Und dass du dich für niemanden verbiegen brauchst. Meine Kinder sollen wissen, wie man zu sich steht und zu seinen eigenen Bedürfnissen. Das ist meine Mission. Darum bin ich für dich da. Also achte darauf, wenn eine Frau dich anlächelt, an ihren Haaren rumspielt. Das sind Zeichen. Keine hundertprozentigen, aber es sind Zeichen. Leg den Perfektionismus beiseite und rede mit ihr. Hunderte Männer haben in unserem Programm genau so schon ihre Freundin oder ihre Frau kennengelernt. Du musst eine Sache verstehen. Wenn du sie nicht eroberst, dann tut es jemand anders. Soll es der nächstbeste Macho werden? Ein Arsch, der nur an sich denkt und sie einfach nur knacken will? Soll dieser Möchtegern-Alpha etwa mit der Frau zusammenkommen, die du liebst? Ja, ich rede darum auf dich so ein, weil es verdammt nochmal ernst ist. Sie muss dich finden. Du musst sie finden. Ihr müsst miteinander zusammenkommen, bevor es zu spät ist. Und das heißt, du musst dieser Mann werden, den Frauen lieben. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du einen Leitfaden brauchst, wenn du keine Ahnung hast, wo du beginnen sollst und du willst mit jemandem darüber reden, dann tu das. Komm zu uns in die kostenlose Charisma-Analyse. Du bist nicht alleine. Genauso hat Michael, der komplett vereinsamt war, als er zu uns kam. In ein paar Monaten schon das hier geschafft. Eigentlich war es so, dass wir dann ziemlich rum gemacht haben. Nach dem ganzen Sextalk. Und es war voll geil, weil dann hat sie gesagt, so, das heißt jetzt, ab sofort sind wir nicht mehr nur Freunde, sondern das wird jetzt eine Freundschaft plus. Das kannst du auch. Das kann jeder. Du hast es auch verdient, verdammt. Aber jetzt musst du mal die Zähne zusammenbeißen. Du wirst entlang der Reise Fehler machen. Du wirst versagen. Du wirst hinfallen. Es wird wehtun. Aber was machen wir dann? Wir stehen wieder auf. Sei dieser Mann nicht für dich, für andere. Du bist so verdammt viel mehr, als du glaubst, Mann. Du kannst auf sie zugehen. Du kannst auf diese Frau einfach mal zugehen und ihr sagen, weißt du was, ich finde dich interessant. Ich wollte dich einfach mal kennenlernen. Hi, mein Name ist Andi. Wie heißt du? Das ist kein Spruch. Das ist kein Anmachspruch. Dieser Mut, der steckt schon längst in dir. Du musst nur ein paar Sekunden länger dieses Gefühl aushalten und es trotzdem tun. Ich glaube an dich. Ich glaube selber auch an dich. Ich liebe euch, Jungs. Männer wie dich, Männer wie Roman, der die ganze Zeit geglaubt hat, sein Aussehen ist nicht gut genug. Und jetzt macht er solche Sachen. Ich hatte wieder eine Wahnsinnsnacht und irgendwann habe ich sie dann geküsst. Crazy, aber geil. Du bist dran. Den Link zu deiner kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse bekommst du in der Beschreibung. Geh aber deinen Weg. Ob das mit uns ist oder alleine. Geh ihn.